Liebe Geschäftspartner, liebe Freunde, heute lade ich euch recht herzlich zu unserem nächsten Online-Event von halb sieben ein. Termin 5. Oktober. Doch der Reihe nach. Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir gestalten. Sonst bekommen wir eine Zukunft, die wir nicht wollen. Oder? Das ist unser Thema des nächsten Abends. Doch der Reihe nach. Wer ist unser Referent? Ist es diesmal eine Referentin? Frau Elke Benning-Gronke. Wer ist Frau Elke Benning-Gronke? Elke ist Gesellschafter-Geschäftsführerin der Benning Company, Aufsichtsrätin und Beirätin und Vizepräsidentin der FIDA e.V. Sie wird uns aus ihren langjährigen Erfahrungen berichten, wie Wandel zu gestalten ist. Sie greift auf eigene Erfahrungen zurück und reflektiert diese. Unsere halb sieben Community darf sich wirklich auf einen spannenden Abend garniert mit persönlichen, hintergründigen, mitunter vielleicht auch überraschenden, aber wirklich entscheidenden Freunden. Davon bin ich echt überzeugt. Termin 5. Oktober, halb sieben abends. Und Anmeldung per E-Mail an mich direkt oder hier unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Kommen. Bis dahin. Tschüss.